Karl, wohin gehen wir jetzt? Zur Schule! Und was machen wir da? Lernen! Spanisch! Ja, vielleicht schon Spanisch. Also ja, wir haben normale Schule eigentlich. Okay! Ja, ist vor der Schule, mit dem du telefonierst du? Ich telefoniere nicht, ich mache Videotagesbericht. Oh nein! Das ist unsere Sprachschule. Hier haben wir jetzt die nächsten zwei Wochen oder ein und halb Wochen noch Unterricht. Ja, ist wunderschön. Frieda? Was machen wir jetzt? Ich spiele Tischtennis. Und Hanna? Ja, ich spiele auch Tischtennis. Gewinnst du Frieda oder gewinnt Hanna? Ich gewinnen. Ach so, das werden wir ja sehen. Ja, sag das rum! Super! Super! Hanna, das machst du toll! Vielen! Ja, das macht super! Das macht was raus! Auch weil wir sind kein Video. Ich rufe auf die Stelle! Puh! Ja! Ich rufe auf mich. anna wie geht es dir denn ja erzähl doch mal was von dir was gibt es heute zum essen bananen mit käse das ist absolut geil hier ist es sehr schön also die umgebung meine ich wenn man genauer der unterricht ist interessant es regnet in costa rica und schwimmen und basketball spielen stimmt das war nicht wirklich war das ein schön was selbst war und dann waren wir noch baden sagt mal was cooles was machen denn die mentoren heute abend jetzt müsst ihr so aus dem bild verschwenden alle abonnieren und locker an und daumen nach oben ja 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 ja